Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Wasser auf Ihre Mühlen. Am Ende bekommen wir dann noch Beifall von Ihrer Seite und dann sind wir natürlich erledigt. Also nochmals meine ausdrückliche Warnung. Vieles von dem, was hier gesagt wird, sollten Sie besser nicht hören. Es könnte Sie sonst verstören. Wenn Sie jetzt trotzdem dranbleiben, dann bitte sehr Ihre Sache und selber schuld. Unsere Werbung gilt heute der Firma Foreba Planungskoordination. Beim Bauen ist ja alles eine Frage der koordinierten Planung und für die Tragwerksplanung erstellt Foreba Planungskoordination alles von der Grundlagenermittlung bis zu Schal- und Bewährungsplänen für Wohn- und Geschäftsgebäude. Ebenfalls für Infrastruktur- und Industrieprojekte ist Foreba Ihr zuverlässiger Partner. Das internationale Team besteht aus erfahrenen Konstrukteuren und Bauingenieuren mit vielen Jahren Erfahrung und Fachkompetenz in der Tragwerksplanung. Foreba ist Ihr Projektpartner für Tragwerksplanung in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie weit darüber hinaus. Die Kernkompetenz liegt in der Erstellung der Ausführungsplanung und Näheres erfahren Sie auf der Webseite www.foreba.de. In der Sonntagsrunde diskutieren heute der Literaturwissenschaftler Prof. Peter J. Brenner, die Buchhändlerin und Verlegerin Susanne Dagen und der Journalist Alexander Kissler von der Deutschlandredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Ich grüße Euch und Sie ganz herzlich und ich möchte mit einem Blick nach Großbritannien beginnen. Das Interessante an den Unruhen ist ja, dass jetzt die Meinungsäußerungsfreiheit dran schuld ist. Also die britische Regierung droht allen, die irgendetwas posten, was gegen die Regierung ist oder sein könnte. Das könnte Anstachelung zu Hass und Hetze sein. Alexander, kommt uns das irgendwie bekannt vor? Naja, Hass und Hetze ist natürlich ein Label, auf das die Linken und die Sozialdemokraten und die Grünen gewissermaßen die Trademark-Rechte erworben haben. Also wer nicht links oder grün ist, der äußert nicht Kritik, sondern Hass und Hetze. Ich habe das gehört, diese Vorschläge von Herrn Stahmer. Ich dachte erst, aha, jetzt geht es den Islamisten mal so richtig an den Kragen. Aber nein, es sind offenbar andere gemeint. Und man sieht natürlich daran, dass Gesellschaften, die in einem gewissen Punkt sehr, sehr liberal sind, und in diesem Fall liberalst sogar in der Migrationspolitik, umschlagen ab einem gewissen Kipppunkt in illiberale Maßnahmen. Also aus dem Brunnen der Liberalität wird ein illiberaler Bastard gezogen. Und worum es dort wirklich geht, da kann ich vielleicht auf den geschätzten niederländischen Autor Leon de Winter, in der ebenfalls geschätzten NZZ, kurz verweisen. Mit einem Satz, der hat gesagt, die nicht-akademische englische Bevölkerung wehrt sich gegen die weiter zunehmende Migration. Zuwanderer erhalten Leistungen und Unterkünfte, zu denen die einheimische Bevölkerung kaum oder gar keinen Zugang hat. Und dieser Eindruck ist eben virulent und hat sich nun einen Auslöser gesucht, der hätte auch anders sein können. Also dieser Brite, ruandische Abstammung, hat drei kleine Mädchen weißer Hautfarbe erstochen. Es hat mutmaßlich keinen islamistischen Hintergrund, aber war eben jetzt der Auslöser für eine lange, angestachelte Unruhe, die beruht auf einer wahrgenommenen Unwucht, einer Ungleichbehandlung verschiedener Bevölkerungsteile. Hier, wie gesagt, die nicht-akademischen Engländer und die Zugewanderten, die nun ihrerseits nicht zimperlich sind und eben auch auf den Straßen zeigen wollen, wer wirklich das Sagen hat. Das sind also sehr beunruhigende Nachrichten. Und ich frage mich halt wirklich, ob man Illiberalität mit Illiberalität austreiben kann oder ob man nicht vorher schon lieber zu rechtsstaatlichen Maßnahmen bezüglich der Migrationspolitik gegriffen hätte. Dann hätte man sich diesen Schlamassel vielleicht erspart. Und jetzt kommt es noch schöner. Ich habe ein bisschen in den sozialen Medien gelesen und festgestellt, die englische Polizei warnt jetzt auch Leute in anderen Ländern, also zum Beispiel in den USA, die von dort etwas posten, hauptsächlich auf Twitter natürlich, also X heißt es ja jetzt, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen, dass man sich die Leute dann auch noch vorknöpfen werde. Also sagen die Briten den Amerikanern, passt auf, was ihr postet, sonst knöpfen wir uns auch noch vor. Und da zeigen viele Amerikaner auf Twitter jetzt wirklich den Stinkefinger. Und Hashtag 1776 ist im Schwange. Die sagen, also das klingt ja jetzt lustig. Also das letzte Mal, dass sich die Engländer versucht haben, Amerikaner vorzuknöpfen, das war in den mittleren 70er Jahren des 18. Jahrhunderts. Und man kann nur sagen, 1776 is looking better by the day. So, jetzt haben wir also schon von Alexander Kistler gehört. Es ist wirklich verdammt ähnlich wie in Deutschland. Auch dort sind ja die Leistungen, wie hat er gesagt, Leistungen, zu denen die autochtone Bevölkerung keinen Zugang hat, die sind ja fantastisch. Also da wird ja ein Wohnblock nach dem anderen hochgezogen in Deutschland, wie ich gelesen habe, nur für Migranten. Herr Brenner, gehen wir den englischen Weg? Nein, würde ich nicht sagen. Also in einer Hinsicht sicherlich schon, was Meinungsunterdrückung, Hass- und Hetzeverfolgung betrifft und dergleichen. Das sind ja offensichtlich Fahrtabhängigkeiten, in die sich die westeuropäischen Regierungen begeben haben, aus reiner Verzweiflung, weil sie eben der Sache sonst nicht Herr werden, weder intellektuell noch praktisch. Natürlich liegt es nahe darüber nachzudenken, ob das, was in England und auch in Frankreich ja schon vor wenigen Monaten passiert ist, auch irgendwann auf Deutschland übergreifen wird. Einerseits müsste man sagen, ja, es hat schon übergegriffen. Wir haben ja schon ähnliche Riots, ähnliche Aufstände in lokalen Kontexten in Stuttgart und anderen Städten gehabt. Aber ich habe vor einigen Tagen von Don Alfonso in der Welt interessante Beobachtungen gelesen. Die Verhältnisse in Deutschland sind insofern anders, als wir tatsächlich noch Parallelgesellschaften haben, über die wir früher immer so geschimpft haben und die wir aufheben wollten, die uns jetzt zum Vorteil gereichen könnten. Er will sagen, diese Brennpunkte, diese Herde, aus denen solche Riots hervorgehen können, die sind beschränkt, die sind lokal beschränkt. Wir kennen die Städte, das ist im Ruhrgebiet, das ist in Stuttgart inzwischen leider auch und vor allem in Berlin, während das in England offensichtlich flächendeckend verbreitet ist. Also die Aussichten auf den Bürgerkrieg, von denen Enzensberger einst sprach, die sind zwar da, sie sind brisant, aber ich glaube, in Deutschland wird sich das zwar in ähnlicher Weise entwickeln, aber nicht in dem gleichen flächendeckenden Maße. In Deutschland hat sich ja die politische Klasse lange so gebärdet oder sagen wir mal die Hände in die Hüften gestemmt und gesagt, ja, ihr im Osten, und damit spreche ich Susanne Dagen an, ihr habt ja diese Probleme gar nicht. Ihr habt doch kaum Migranten. Was regt ihr euch denn so auf? Das hat sich natürlich inzwischen gründlich geändert. Mittlerweile werden bei euch auch Containerdörfer oder sonstige Heime irgendwo einfach per ordre de mufti, das heißt von irgendeiner zentralen Stelle aus errichtet und dann kann man gar nichts machen. Also es hat sich in einer Rasanz, in einer unglaublichen Dynamik hier im Osten, gerade eben in Dresden, in der Landeshauptstadt, wirklich etwas verändert. Wenn ich jetzt die Stadt gehe, wenn ich es mal tue, natürlich vermeiden wir das. Nicht, dass man die Augen verschließt, sondern dass man natürlich auch aufgrund der permanenten Machtdemonstration, von der man liest, die man zeitgleich über die sozialen Medien sich anschauen kann oder von denen man hört, dass man eben den öffentlichen Raum bestenfalls nicht mehr so oft betritt, vor allen Dingen nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Also gerade diese Situation haben wir in Dresden mittlerweile also ganz genauso, durchaus vergleichbar mit anderen deutschen Großstädten, wenn es jetzt nicht gerade das Ruhrgebiet ist, beziehungsweise Nordrhein-Westfalen, wo ja schon davon gesprochen wird, dass das Kalifat die bessere Gesellschaftsform ist. Aber ich würde nochmal darauf zurückkommen auf die Sache in Großbritannien, was natürlich erschütternd ist, wie bei allen anderen Aspekten auch, dass wir hier eine Medienberichterstattung haben, gerade der öffentlichen Rechtlichen von AD und ZDF über die Unruhen dort in Großbritannien und wo man erkennt, wie einseitig und wie lückenhaft auch die Berichterstattung hier in diesem Punkt sich abspielt. Man könnte ja geradezu den Eindruck gewinnen, dass dort Rechte oder Rechtsextreme rundlos das Land auseinandernehmen und die brutale Tat, die letzten Endes der Auslöser dieser Krawalle ist, wird überhaupt gar nicht mehr oder nur als Randnotiz berührt. Die linksextremen Gewalttäter werden also sozusagen verschwiegen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, inwieweit auch so etwas anheizt und so etwas mit Vorsatz anheizt. Denn die Situation ist ja die, dass man nun zum vermeintlichen Schutz der Bevölkerung mehr Kontrollen, also mehr bürgerliche Freiheiten einschränkt und letzten Endes, ich habe gelesen, es sogar so weit kommen könnte, dass diejenigen, die auf sozialen Medien auch etwas weiter verbreiten, also sogenannt reposten, dass selbst die zur Verantwortung gezogen werden. Also dieser Prozess, den Susanne Dagen gerade geschrieben hat, den kann man ja rauf und runter deklinieren. Der findet auch in Österreich statt. Jetzt gab es ja gerade da diesen drohenden Terroranschlag gegen das Taylor Swift Konzert, was ja so ein typisches Konzert für die gehobene, ich will nicht sagen linke, das wäre wahrscheinlich zu weit gegriffen, aber jedenfalls so eine gesättigte Schicht ist. Die fühlen sich da natürlich jetzt sehr, sehr bedrängt plötzlich. Und wer war es? Es war natürlich ein österreichischer Bub. Und da kommen wir genau auf das Framing, was du den Öffentlich-Rechtlichen vorgeworfen hast. Denn da funktioniert es genauso. Natürlich ist es ein Migrant, seine Eltern sind Migranten und die sind unter den üblichen Umständen da ins Land gekommen. Die tolle Integration, die sieht man jetzt. Er hat sich da radikalisiert, er hat auch Freunde dazu gewonnen. Und wenn man jetzt Migrationskritik übt, dann ist das natürlich die eigentliche Gefahr. Also sobald irgendetwas passiert, sagt man, um Gottes Willen, das ist Wasser auf die Mühlen der Rechten. Das bedient deren Narrative, wie es heißt. Ja, und das gilt im Grunde für alles. Aber letzten Endes genau darum geht es ja. Und das ist vielleicht sogar unsere einzige Chance, weil ich sagte ja auch anderenorts schon, die Realität ist die letzte Instanz. Und wenn es jetzt schon ein solches Konzert einer Künstlerin betrifft, die, glaube ich, vollkommen unverdächtig ist und deren Besucher eben auch nicht den Rechten oder wem auch immer zuzuordnen ist, sondern eigentlich ganz normale Leute. Ich habe gelesen Swifties, ich konnte damit vorher gar nichts anfangen. Aber ich verfolge auch auf den sozialen Medien, selbst mein Cousin aus Kroatien ist nach Wien gefahren mit seiner Frau, um zu einem solchen Konzert zu gehen. Und daran erinnern sich die Leute, dass das eben einfach nicht stattfinden konnte, aufgrund der Tatsache, dass ein vollkommen unauffälliger Bub aus der Nachbarschaft eine Großstadt in dem Ausmaß in Angst und Schrecken versetzen konnte. Und nicht nur das, sondern auch die Planung. Alexander Kistler. Ich finde zwei Sachen daran besonders beängstigend. Zum einen, die Radikalisierung hat offenbar hier im Herzen unserer westlichen Gesellschaft stattgefunden. Das war auch schon so bei dem islamistischen Attentäter aus Afghanistan, der in Mannheim den Islamkritiker Stürzenberger umbringen wollte, daran scheiterte und dann einen Polizisten ermordete. Auch der hat sich offenbar hier und offenbar über die Internetkanäle radikalisiert. Hier bei diesem Albaner aus Nordmazedonien ist es genauso. Also im Herzen der westlichen Gesellschaft haben wir Radikalisierungszellen und Milieus. Das muss man ganz klar sagen. Und das andere ist vielleicht eine kleine Ergänzung oder Widerspruch zu Frau Dagen. Ich glaube gerade so ein Konzert einer, ja vielleicht eher linken, vielleicht eher Woken-Ikone, die die Massen anzieht, ist natürlich ein prädestiniertes Ziel für einen islamistischen Gotteskrieger. Wir erinnern uns noch an die Worte nach dem Attentat auf Bataclan in Frankreich. Wir lassen uns unsere Art zu leben und auch unsere Art zu feiern, also Rockkonzerte besuchen etc. nicht nehmen. Und wenn ich also der Meinung bin, dass also leicht bekleidete Frauen unzüchtig sind und dass das sowieso ein gotteslästerlicher Gesang ist, der aus religiösen Gründen verboten sei, dann suche ich mir natürlich genau solche weiche, aus unserer Sicht harmlosen Ziele, weil die aus deren Sicht eben gotteslästerliche Großereignisse sind. Und da ist man eben dann bereit, um den Preis des eigenen Lebens dort ein blutiges Mahnmal der eigenen Verblendung zu setzen. Das ist sehr, sehr schlimm. Das ist also eine doppelte toxische Bewegung. Jetzt sagen ja manche vor dem Hintergrund der Tatsache, die Alexander Kisler gerade erwähnt hat, dass die Radikalisierung hier unter uns stattgefunden hat, hier in diesen westlichen, saturierten Ländern, sagen die, ja dann nützt das ja gar nichts, die Grenzen zu schließen. Denn das sind ja bereits Leute, die bei uns sind. Ja, so ist es natürlich. Ich sehe auch das Problem etwas anders. Wir haben natürlich das große Problem der Messerangriffe, dieser Attentat oder Attentatsdrohungen. Aber das sind Extreme, die schlimm genug sind. Aber das eigentliche Problem sehe ich darin, dass wir eigentlich, was Herr Kisler gerade schon angedeutet hat, unser soziales Leben langsam und schleichend komplett verändern müssen. Es hat mal die schöne Definition gegeben, Zivilisation zeichnet sich dadurch aus, dass Fremde sich einander begegnen können, ohne sich fürchten zu müssen. Und das ist eben vorbei. Wenn wir Fremden begegnen, so harmlos die weitaus meisten ja sind, das muss man ja auch immer mal wieder dazu sagen, wir haben ein Angstgefühl. Der öffentliche Raum wird zusehends stärker gemieden. Man geht abends nicht mehr auf die Straße oder zum Bahnhof. Man meidet öffentliche Verkehrsmittel, weil man die Statistiken im Hinterkopf hat. Man feiert nicht mehr so, wie man das gewöhnt ist, weil man immer eine Gefahr wittern muss. Und ich glaube, da liegt das eigentliche Problem. Eine Auflösung zivilisatorischer Selbstverständlichkeiten, die wir mühsam erkämpft haben, die unser Alltagsleben jahrzehntelang begleitet haben, die jetzt innerhalb kürzester Zeit nicht mehr selbstverständlich sind. Und es ist eben nicht unbedingt immer ein religiöser Hintergrund, mit dem wir rechnen müssen, sondern allgemein etwas, was ich als zivilisatorische Enthemmung bezeichnen würde, dass wir einfach Menschen ins Land geholt haben, die andere zivilisatorische Standards haben als wir. Wie man das nicht mal vorwerfen kann, das tun die Gerichte ja auch nicht. Es gibt ja Rabatt für solche Taten aus kulturellen Gründen. Und ich muss das sehr pessimistisch prognostizieren. Es wird nicht besser werden. Auch Grenzschließungen, um auf Ihre Frage zurückzukommen, werden da nichts nützen. Sie sind schon hier. Und wir werden uns sehr viel stärker um innere Sicherheit kümmern müssen. Und das geschieht nicht etwa durch Kontrolle von Chats, sondern durch Kontrollen auf den Straßen, als das bisher getan wurde. Also ich habe jetzt auch den Bahnhof von Essen und da lief auch so ein Laufband dann auf allen Monitoren. Die Bundespolizei weist darauf hin, dass das Tragen von Messern auf diesem Bahnhof nicht gestattet ist. Ich habe dann auch erst drüber gelacht. Das ist natürlich rührend hilflos. Andererseits sagt die Polizei, ja, wenn wir dieses formale Verbot nicht hätten, dann dürften wir nicht auf Messer kontrollieren. Also die wenigen Mittel, die die Polizei überhaupt noch hat, die muss man erst noch mal in so eine legislatorische Krücke gießen. In welcher Sprache stand das dort? Das ist eine gute Frage. Ich habe es nur auf Deutsch gelesen. Es hätte natürlich auch noch in gewissen anderen kommen müssen, um die Zielpublika anzusprechen. Und eine andere Maßnahme, das ist natürlich dann die Überwachung der Kommunikation über Messenger und so weiter. Das haben Sie gerade auch angesprochen, Herr Brenner. Und das finde ich ja jetzt interessant. Also ich meine, im Zusammenhang mit der Aufdeckung dieser Terrorpläne, die ja wirklich grauenhaft sind, also wenn das dazu gekommen wäre, jetzt sagen natürlich manche Leute, nein, das war übertrieben, hätte man nicht absagen müssen, diese Konzerte. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe ja den Sprengstoff nicht geprüft, was der wirklich konnte da, der Bub aus der Nachbarschaft. Aber rausgekommen ist es angeblich, ich folge immer dem Narrativ der Groß- und Altmedien, die das erzählen, was irgendwelche Innenminister aus welchen Gründen auch immer bekannt geben, herausgekommen ist es durch die Überwachung von WhatsApp oder irgendwelchen anderen Messenger-Diensten. Und da sollen wir jetzt froh sein, nicht? Ja, aber durch die Überwachung durch amerikanische Geheimdienste. Genau. Also das ist ja ständig so, dass Anschläge im Herzen Europas verhindert werden, weil amerikanische Geheimdienste etwas finden, das dann freundlicherweise in Deutschen stecken, die aber offenbar alleine aufgrund Beschränkungen oder sonstigen Kapazitätslimitationen nicht gefunden hätten. Also es sind wirklich ständig amerikanische Geheimdienste, denen man in diesem Fall ja einfach nur furchtbar dankbar sein muss. Und die Deutschen haben andere Probleme. Ja, das ist jetzt die Frage. Genau, das ist die Krux. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst, Burkhard. Auf der einen Seite wollen wir eben genau diese Freiheiten nicht einbüßen. Auf der anderen Seite erscheint es uns als die einzige Möglichkeit, diesen Angriffen zu entgehen. Also das ist eine ziemlich absurde Situation. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren doch vor die Augen geführt bekommen, dass der Mensch in solchen Situationen eher immer die Sicherheit als die Freiheit wählt. Die vermeintliche Sicherheit. Jetzt gibt es natürlich auch noch ein Rezept, was immerhin diskutabel ist. Das kondensiert in dem Wort Remigration. Das ist der Buchtitel von Martin Sellner, der ja mittlerweile auf Lesereise ist. Gelegentlich wird er dann rausgeworfen. Auch das ist passiert vor einer Woche. Aber wenn man inhaltlich mal darauf eingeht, muss man sagen, Überwachung von Messenger-Diensten wollen wir nicht. Messerverbot ist Quatsch. Was gibt es denn dann noch an Möglichkeiten, außer Rauswurf von solchen Leuten? Denn egal, wo sie sich radikalisiert haben, wenn sie gar nicht erst reingekommen wären, mitsamt ihren Eltern in dem Fall, und zu den Eltern ist ja auch noch was zu sagen. Da gibt es ja also diesen Fall aus Stuttgart, ihr kennt das, ein 17-Jähriger hat da auf eine Familie eingestochen, türkisch-syrische Familie in dem Fall, werden schwer verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die haben ein Strafregister inklusive Vater, neun von zehn Geschwistern sind Polizei bekannt, insgesamt über 100 Straftaten. Ja, also Remigration, Herr Brenner? Das wird nicht funktionieren. Ich erinnere mich an den Fall, das wird jetzt 20 Jahre her sein, in München, unter dem SPD-Oberbürgermeister Ude. Der hat einen jugendlichen 13-, 14-jährigen Straftäter, der eine ähnliche Liste hatte, einfach ausweisen lassen, was relativ problemlos ging, ein bisschen Gemorre in der Öffentlichkeit. Aber er hat schlicht gesagt, bevor ich den jetzt ewig weiterverfolge, benutze ich das einfachste Mittel, ich weise ihn aus. Und das war damals noch vollkommen akzeptiert. Aber das war wirklich ein Einzelfall. Also ich glaube, diese ganze Remigrationsgeräte, egal ob es jetzt vom Bundeskanzler oder von Sellner kommt, die sind sich da recht ähnlich in ihren Äußerungen. Das wird nicht funktionieren. Dazu ist die Masse einfach zu groß, die Hürden zu groß. Nicht nur die juristischen, die ja sowieso praktisch unüberwindbar sind, wenn man unsere Rechtsprechung anschaut, aber auch die praktischen, die will niemand haben. Und wenn sie einmal ausgewiesen worden sind, haben sie ja ohne weiteres die Möglichkeit, wieder zurückzukommen, in vier Wochen wieder vor der Tür zu stehen. Und dann muss das Verfahren wieder nach juristischen Grundsätzen abgewickelt werden. Und das ist einfach keine gangbare Option. Und übrigens, die einzige Option, die man gehabt hätte, wäre vielleicht Integration durch Bildung, durch Kultivierung, durch Schule. Auch diese Option ist aufgegeben worden, weil die Schulen hoffnungslos überrannt worden sind. Auch dort von der Seite ist nichts mehr zu erwarten. Also ich sehe, ich sage es ja pessimistisch, wir werden damit leben müssen, wir müssen es eindämmen, wir müssen vielleicht die besonders gefährdeten Bezirke besonders überwachen. In Frankreich ist das ja auch Praxis, dort kann man vielleicht einiges lernen. Aber Remigration in irgendeinem nennenswerten Ausmaße wird nicht stattfinden, weder aus juristischen noch aus politischen und praktischen materiellen Hinderungsgründen. Wird das nicht funktionieren? Wenn ich es auf die politische Ebene hebe, Fatalismus kann ja keine Lösung sein. Man kann ja schon gewisse Dinge machen. Also zum Beispiel, was ich immer sage, Tunesi und Marokko weigert sich, unsere Bundesregierung als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Wer hat denn dafür noch Verständnis? Da machen die Leute Urlaub. Ja, das ist natürlich völliger Irrsinn. Das muss ich Ihnen natürlich recht geben. Über die Regierung wollen wir am besten auch gar nicht reden. Das ärgert einen nur. Doch, wollen wir doch. Wir kommen nicht umhin. Aber ohne mich. Doch mit Ihnen, weil wir müssen vor allen Dingen über die Regierung sprechen. Ich gebe Herrn Kisler recht, mit Fatalismus ist es nicht getan. Ich glaube, dass es eigentlich ganz einfach sein könnte. Und da müssen wir über die Regierung sprechen. Es muss einen politischen Willen geben. Und wenn ein politischer Wille da ist, dann können ja auch juristische Hürden verändert werden. Dann können Gesetze verändert werden. Das passiert ja bis jetzt alles auch schon. Also ich glaube, wir haben, bin ich immer noch der Meinung, in gewisser Art und Weise einen Rechtsstaat. Wir müssen die Gesetze anwenden, die wir haben und natürlich auch verschärfen. Weil ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, nun der Argumentation von Merkel zu folgen, die ja auch irgendwann mal sagte, nun sind sie eben da. Nein, damit kann ich mich nicht abfinden. Also ich bin durchaus der Ansicht, dass wir schleunigst Grenzkontrollen und Migrationszuwanderung, also Asylmigrationszuwanderung nach strengsten Maßstäben des Grundgesetzes durchführen. Das heißt, dass nur noch ungefähr ein Prozent der Asylbegehren anerkannt würden. Das wäre natürlich der allererste Schritt. Da gebe ich Ihnen recht, um die Lage nicht jeden Tag weiter zu verschlimmern. Aber wie man die Bestandsproblematik ändert, da muss ich Ihnen ehrlich sagen, fehlen mir die Rezepte. Und das wird auch politisch, egal mit welcher Partei, kaum lösbar sein. Und ich möchte noch auf einen Aspekt hinweisen. Es ist ja keineswegs so, dass die Bevölkerung, auch die nicht akademische Bevölkerung, übrigens eine sehr schöne Kategorisierung, diesen Entwicklungen jetzt durchaus kritisch und ablehend gegenübersteht. Wir haben die sich mehrenden Fälle, dass Bewohner in kleinen Dörfern sich gegen Asylimmobilien wehren, also auf juristischem korrekten Weg wehren. Ich kenne auch die anderen Fälle, auch in Bayern, auch im ländlichen Raum, wo in einem 3000-Seelen-Dorf ein Syrer-Asylanten-Lager eingerichtet wird für 50 unbegleitete junge Männer, was auf große Akzeptanz bei der Bevölkerung gestoßen hat, wo also die wenigen Kritiker sich einer übergroßen Übermacht der zustimmenden Bevölkerung entgegensehen. Also das gibt es durchaus auch. Und ich kann mir immer noch vorstellen, dass mindestens die Hälfte der deutschen Bevölkerung grundsätzlich dieser Migrationspolitik zustimmend gegenübersteht. Aber wir haben immer zwischen 60 und 70 Prozent der Leute, die sagen, wir brauchen eine andere Migrationspolitik. Also es wird schon von den allermeisten Menschen als ein Desiderat angesehen. Also das ist ja eine Frage der Zeit. Was Herr Brenner jetzt sagt, das kann man sagen, okay, warten wir ein bisschen ab, bis noch mehr Blut fließt. Und dann irgendwann werden vielleicht auch die, die immer noch in den Dörfern verharren und es irgendwie ganz passabel finden, aufwachen. Die werden in vier oder acht Wochen werden die aufwachen. Genau. Das ist die Sonthofen-Strategie. Die Älteren werden sich noch erinnern an Franz Josef Strauß 1974, der sagte, die Regierung lassen wir erstmal an die Wand fahren, dann schauen wir weiter. Das war damals die Brandregierung, um die es da ging. Ja, dazu kommen wir jetzt gleich. Sie wollten ja nicht über die Regierung reden, aber... Ja, das war früher. Zu den von Ihnen aufgezählten Optionen können wir noch eine hinzufügen, nämlich die Herrschaften werden gebeten, ihre Messe abzugeben und können Netflix schauen. Radikalisiert das nicht. Das ist natürlich deshalb auch schon ganz perfide, weil Netflix mittlerweile ja ein sehr vokes Programm anbietet. Ja. Also ich glaube, da werden die nicht viel Freude haben, wenn die dann gegenderte Storys von Transmenschen lesen, die sich verlieben. Ja, es ist nicht nur das. Es sind ja auch sehr viele Gewaltfilme dabei. Das stimmt, ja. Da stellt sich dann immer die alte Frage, das Anschauen von Gewaltfilmen führt es zu Gewalt oder im Gegenteil befriedet es? Beides scheint mir gleich plausibel. Ich hatte mal einen Freund, der gesagt hat, wenigstens während des Anschauens des Films tun die dann nichts. Übrigens Aristoteles, das können wir bis zur Katharsis-Theorie von Aristoteles zurückführen, ist bis heute nicht entschieden, was jetzt zutrifft. Wunderbar. Also auf eine solche Flughöhe kommen wir selten. Danke, Herr Brenner. Aber noch eins zum Thema Fatalismus. Elon Musk sagt, in Großbritannien ist ein Bürgerkrieg unvermeidlich. Also das finde ich eine unverantwortliche Aussage. Also sichere Warte jetzt zu sagen, das ist unvermeidlich. Das heißt, als würde er sich darauf freuen, wenn es endlich losgeht. Ja, das hat er, glaube ich, nicht genug mehr gewitzt werden. Ja, aber unvermeidlich heißt ja, jetzt kann man gar nichts mehr machen. Und ich finde schon, wir haben noch einen Raum des Politischen und auch des Zivilisatorischen, wo man das verhindern könnte. Es ist vielleicht jetzt fünf vor zwölf, vier vor zwölf, drei vor zwölf. Aber man muss wirklich mal schauen, was macht es mit der Regierung jetzt? Was macht es mit der Bevölkerung? Wir haben eine ganz neue, frisch gewählte Regierung. Wenn die jetzt auf großen Widerstand stößt, überlegt sie vielleicht auch nochmal ihre Konzepte. Also ich weiß, es gibt diesen Text, der große Zurüstung zum Bürgerkrieg. Das ist die allerletzte katastrophische Option. Vielleicht kommt die irgendwann. Aber ich möchte mich wirklich weigern, dass das hier praktisch ein direkter Weg ist. Und da können wir gar nichts mehr tun. Also bevor wir zu den Regierungen kommen, müssen wir über die Medien reden. Susanne hat es ja schon angesprochen. Ja, es hat etwas mit der Informationsgebung zu tun, die ja nach wie vor unter dem Deckel gehalten wird, wenn es um die harten Fakten geht. Und unter anderem deswegen gibt es ja den Kontrafunk. Und unter anderem deswegen sind wir so erfolgreich, weil wir dieses Spiel nicht mitspielen. Und weil es viele Leute und eine wachsende Zahl von Leuten inzwischen merken. Vielleicht machen wir auch sowas wie gemeinnützigen Journalismus. Ich komme zu einem wunderschönen Schlagwort. Denn gemeinnütziger Journalismus, lieber Alexander, der wird ja jetzt steuerlich gefördert, hat der Bundesfinanzminister, der deutsche Christian Lindner, vorgestellt. Ein Anwendungserlass. Ich weiß nicht genau, wie es funktionieren soll. Aber was ist denn unter gemeinnützigem Journalismus zu verstehen? Und wie kann man ihn steuerlich fördern? Also ich bin kein Steuerberater, noch habe ich diesen Anwendungserlass schwarz-auf-weiß vor mir. Ich muss mich da jetzt auf die Berichterstattung stützen. Und wenn er das vorgeschlagen hat, glaube ich jetzt nicht, dass er das als Privatperson Lindner vorgeschlagen hat, sondern als Teil einer alles in allem linken Regierung. Und wir wissen ja, dass gerade SPD und Grüne ganz erpicht darauf sind, ihr sogenanntes publizistisches Vorfeld zu hegen und zu pflegen. Also man will schauen, dass die Regierung auch möglichst viel Klaköre noch in den sogenannten freien Medien hat. Und das ist natürlich schon bedenklich, dass diese Nähe von Staat und Medien, die ja sowieso durch eine intellektuelle Nähe schon sehr groß ist, dass sie nun auch durch eine finanzielle Versippung noch gewissermaßen gesteigert werden soll. Es ist ja schon teilweise fraglich, ob diese Unterstützung der Zustellungen der Zeitungen und Zeitschriften mit staatlichen Mitteln sinnvoll ist. Jetzt soll hier noch gemeinnütziger Journalismus, wenn die Nachrichtenstimmen unterstützt werden. Gemeinnütziger Journalismus heißt natürlich, muss man runterzubrechen, würde ich mal sagen, Journalismus gegen rechts. Also ich fürchte, dass wir dadurch unter diesem Stichwort des gemeinnützigen Journalismus einen bezahlten, linken, regierungsnahen Journalismus bekommen, als hätten wir da schon nicht genug. Susanne, hast du eine Vorstellung von gemeinnützigem Journalismus? Natürlich. Also ich habe schon eine Vorstellung und Herr Brenner wird mir Recht geben, dass der Begriff der Gemeinnützigkeit ja doch sehr klar definiert ist. Und wir, wie in vielerlei Hinsicht eben auch, da gab es dieses schöne Zitat von Sebastian Kleinschmidt, wir haben nicht nur den Marsch durch die Institution, sondern auch der Marsch durch die Definition. Also die Begriffe sollten im besten Falle wieder auf ihre Füße zurückgestellt werden, aber man sieht es also immer wieder, Begriffe werden benutzt und werden ungedeutet. Gemeinnützigkeit ist ganz klar definiert. Gemeinnützigkeit bezeichnet den Nutzen für das Gemeinwohl, also wirklich für die Förderung der Allgemeinheit. Was man damit suggeriert, wenn man diese beiden Begriffe miteinander verbindet, dass es einen Journalismus gibt, der für das Gemeinwohl, also für die Allgemeinheit, Gutes will. Und es gibt einen Journalismus, der genau das Gegenteil möchte. Das ist schon mal die eine perfide Angelegenheit. Du hast davon gesprochen, dass Lindner das als einen sogenannten Anwendungserlass einbringen möchte. Das ist insofern interessant, weil das natürlich dann nicht als Gesetz durchs Parlament gebracht werden muss. Also er kann hier im Prinzip allein entscheiden und damit genießt eben dieser sogenannte gemeinnützige Journalismus. Und wir denken natürlich als allererstes an Korrektiv. Die haben gejubelt, als sie das gehört haben. Die genießen erhebliche Steuervorteile, wie im Übrigen jede gemeinnützige Initiative, wie es Vereine gibt, natürlich auch. Also wir sollten uns sehr genau anschauen, wer nun mittlerweile als gemeinnütziger Journalismus bezeichnet wird. Und dann sollten wir zusehen, dass wir genau diese Medien im besten Falle eben nicht nutzen. Und das Problem ist ja, eine andere Regierung wird dann ein anderes Bild von Gemeinnützigkeit haben und dann in Ihrem Sinne. Ja, natürlich. Man öffnet dem auch Tür und Tor. Also wenn man einmal beginnt, Begriffe so umzudeuten und so offen zu halten, dann nimmt man billigend in Kauf, dass eine andere Regierung mit einer anderen politischen Ausrichtung das ganz genauso auch tut. Vollkommen klar. Peter Brenner. Ja, die Frage ist, ob man diese Förderung, dieses bestimmten Journalismus überhaupt noch braucht. Ich bin vor kurzem vor ein paar Tagen aus dem Urlaub zurückgekommen, von ganz oben im Norden bis ganz unten in den Süden gefahren, habe mir bei jeder Tankstelle in alter Gewohnheit die örtlichen Regionalzeitungen gekauft. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Thüringen, Bayern. Da steht überall dasselbe drin. Die Regionalzeitungen werden völlig unterschätzt in ihrer meinungsbildenden Funktion. Die folgen den großen Narrativen, die von dpa, Tagesschau, den großen Leitmedien vorgegeben werden. Und das ist das, was die paar Leute, die noch Zeitungen lesen, wirklich lesen und glauben. Das ist gemeinnütziger Journalismus, der etabliert ist, der natürlich jetzt gefördert werden muss, weil er aus den verschiedensten Gründen finanziell sehr schlecht dasteht. Aber das kann man nicht auf so einzelne Phänomene, die ja nochmal ein Sonderfall sind, wie Korrektiv und so weiter, reduzieren. Das betrifft fast die ganze Presselandschaft und vor allen Dingen auch die regionalen Presseorgane. Also es ist wirklich faszinierend, dieser Gleichklang, Gleichschaltung möchte ich nicht sagen, der Gleichklang von Nord nach Süd, wo immer dieselben Phänomene, immer mit denselben Begriffen abgearbeitet werden und mit denselben dahinterstehenden Ideologien. Es gibt ja auch nur noch wenig große Medienhäuser, also die Funke Mediengruppe und der RND. Ja klar, die sind in irgendeiner Form alle abhängig, genau. Und es ist schon klar, wo das alles herkommt. Aber interessant, ich lese dann wirklich die lokalen Nachrichten, die nicht übergeordnet von Redaktionen versorgt werden, sondern wo die lokalen Redakteure ihre Kommentare zu lokalen Begebenheiten abgeben. Und es sind immer dieselben Begebenheiten, auch über die wir eben geredet haben, und immer dieselbe Wahrnehmung und Kommentierung dieser Begebenheiten. Also es ist schon Faszinosum, dass weit über finanzielle Dinge hinausgeht, sondern da ist was in den Köpfen schiefgelaufen der Leute. Herr Brenner, ich glaube, dass das nicht ganz stimmt, gerade hinsichtlich der regionalen Zeitungen. Wir wissen, das ist schon seit einiger Zeit so, seit mehreren Jahrzehnten. Wir wissen, dass auch nach der Wende ganz genau so abgelaufen ist, dass einzelne Regionalzeitungen zentralen Medienhäusern gehören. Das heißt, wir haben den sogenannten Mantel der Zeitung, der ist immer gleich. Egal, ob sie in Schwerin eine Zeitung lesen oder ob sie in Cottbus eine Zeitung lesen oder ob sie eben auch zum Beispiel in Dresden eine Zeitung lesen. Unterschiedlich sind immer die Regionalseiten, weil das ist eben mittlerweile der einzelne Journalist, der überhaupt noch dort an seinem Platz sitzt. Ich kann nur erzählen von der sächsischen Zeitung, die nun verkauft worden ist an die Mazza-Gruppe. Das Haus der Presse steht zu einem Drittel leer, weil dort niemand mehr sitzt. Also wir haben dort einen Großteil an Journalisten, die nun arbeitslos werden. Der eine oder andere hat sich beworben auf eine Stelle beim öffentlichen Dienst oder bei der Stadtverwaltung. Aber es gibt in dem Sinne keinen Journalisten mehr, der irgendwo sitzt, bis auf den Lokaljournalisten. Eben gerade bei diesen regionalen Zeitungen. Also insofern ist das, glaube ich, doch eine andere Sache. Und ich glaube, dass der gemeinnützige Journalismus eben eher solche Initiativen betrifft, wie es eben zum Beispiel Korrektiv ist, die ja der Meinung sind, dass sie aufklären und dass sie Wissen vermitteln. Und das ist ja etwas, was vollkommen absurd ist, wenn man an das Thema Potsdam zum Beispiel denkt, von dem ja nun wirklich alles aufgeklärt worden ist. Und trotzdem spielt Korrektiv in dieser Liga ganz unvermindert weiter mit. Mit Erfolg, nicht? Nee, Gott sei Dank nicht mit Erfolg. In Dresden nicht, in Bayern schon. Und in Bayern sitzt ja auch noch so eine andere Klitsche namens Volksverpetzer, die jetzt, tut mir auch aufrichtig leid, ihren Status der Gemeinnützigkeit verloren haben, ist aber egal, weil sie ja sowieso mit Regierungsgeld zugeworfen werden. Und das ist noch der zweite Punkt, glaube ich, Burkhard, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier darum, dass das alles von Steuergeldern finanziert wird. Also Staatspropaganda, die in Krisenzeiten von Steuern finanziert wird. Ich gestatte mir noch eine historische Anmerkung. In der Bundesregierung weiß man wahrscheinlich nicht, wer Bismarck ist, aber der hat das Vorbild dafür gegeben. Bismarck unterhielt einen geheimen schwarzen Kassenfonds, einen sogenannten Reptilienfonds. Mit den Reptilien waren die Journalisten gemeint. Und dieser Fonds, der übrigens nicht aus Steuergeldern, sondern aus einer alten Stiftung finanziert wurde, diene dazu, Journalisten schlicht zu bestechen. Und das hat funktioniert. Und wenn ich in solchen historischen Bögen denke, dann fällt uns doch auf, dass wir einfach einen gigantischen, zivilisatorischen, in dem Fall auf die Presse bezogen, auf die Öffentlichkeit bezogenen Rückfall haben. Also innerhalb weniger Jahre wieder zu Mechanismen greifen, Bestechung von Journalisten durch den Staat, die eigentlich 150 Jahre lang abgebaut worden sind. Wir haben andere Eingriffe des Staates im Dritten Reich, in der DDR gekannt, in die Öffentlichkeit. Aber dass man mit Staatsgeld in journalistische und öffentliche Arbeit eingreift, das ist etwas, was eigentlich seit dem 19. Jahrhundert überholt ist. Wir haben ja gerade ein bisschen philosophiert über Gemeinnützigkeit, was das bedeuten könnte. Im Journalismus, glaube ich, gibt es ein wirklich sehr gutes und einfach zu verstehendes Beispiel. Und das sind die RKI-Files. Da ist ja jetzt was rausgekommen, was im Grunde ein riesiger Fressnapf für Journalisten wäre. Also für die Reptilien, für die Krokodile. Das heißt, da müssten sich doch alle drauf stürzen und in Kleinarbeit im, wie heißt das immer, Rechercheverbund, NDR, SZ und was sie alles für tolle Sachen haben, die Panama Papers durchwühlen. Die RKI-Files, die müssen auch durchwühlt werden, aber da tut sich ja gar nichts. Von welchen Journalisten denn, Burkhardt? Haben doch alle mitgemacht. Also ich erinnere mich noch an die Zeit vor 30 Jahren oder 40 Jahre können es auch her sein, wo wir jeden Montag auf den Spiegel gewartet haben und auf die nächste Enthüllung. Also ich kann mich da gut erinnern, dass man dem Tag wirklich entgegengefiebert hat. Ich habe vor acht Jahren oder neun den Spiegel gekündigt. Es hat 20 Jahre gedauert, bis ich es eingesehen habe. Da kommt nichts mehr. Und das hat sich offensichtlich jetzt auf den gesamten deutschen Journalismus, also mit unseren Ausnahmen, ausgedehnt. Aber dass sich gar nichts tut, da möchte ich jetzt doch ein bisschen widersprechen. Man findet schon Berichte drüber. In einigen Zeitungen möchte ich es keine Beispiele nennen, in einigen Radiobeiträgen. Ich habe gedacht, man hört ja überhaupt nichts davon, abseits von Blogs. Und jetzt findet zumindest das brutale nackte Faktum doch immer mehr Erwähnung. Und auch, dass Herr Kubicki jetzt diesen großen Brief geschrieben hat, in dem er Herrn Lauterbach, immerhin Kabinettsmitglied seiner Regierung, den Rücktritt nahe legt. Und ihm ist doch wirklich ganz klar jetzt der Nachweis gelungen, dass dem Herrn Kubicki nach Lektüre der RKI-Falz, dass die heilige Kuh namens sachliche, fachliche Unabhängigkeit des RKI, dass die geschlachtet worden ist. Dass die überstimmt worden ist in ihrem Votum, dass letzten Endes Herr Wieler, der damalige RKI-Chef, ein willfähriger Beamter war, der eben dann in der Befehlskette unterhalb von Herrn Lauterbach gesagt hat. Und wenn Herr Lauterbach gesagt hat, das Risiko ist sehr hoch und das RKI hat gesagt, hoch tät uns reichen, dann war der dienstvorgesetzte Herr Lauterbach. Also die Abhängigkeit des RKIs vom Bundesgesundheitsministerium ist jetzt genauso evident und bewiesen in aller Öffentlichkeit da wie die Abhängigkeit des Inlandsgeheimdienstes vom Bundesinnenministerium. Und das ist Aufklärung. Das sind alles Dinge, die man schon während der Corona-Zeit hätte wissen müssen, denn das muss man gar nicht die RKI-Files gelesen haben, sondern es ergibt sich einfach aus dem Organigramm des RKI. Aber es wurde doch der Anschein, wurde doch mit großem Aufwand hergegeben. Ja, ist mir schon klar. Sie haben auch völlig recht. Nicht nur, der Journalismus hätte das damals schon klar machen müssen, dass RKI ist eine nachgeordnete Behörde und die sind weisungsgebunden. Das war jedem, das ein bisschen auskennt, vollkommen klar, dass man das nicht ernst nehmen kann und dass hier am Ende die Politik bestimmt, unabhängig von den Details, die jetzt bekannt worden sind. Da hat der Journalismus schon versagt. Das ist ja auch ein Skandal. Da komme ich auch nicht drüber hinweg. Es war mir auch nicht klar, dass das Bundesverfassungsgericht, das Robert-Koch-Institut, als sogenannten sachkundigen Dritten anerkannt hätte. Also als würden die zwischen den Parteien schweben. Dabei waren sie Partei. Ich habe das damals schon nur mit Kopfschütteln wahrgenommen. Ich bin ja Beamter. Ich muss mich mit diesen Dingen ein bisschen auskennen. Es war eigentlich vollkommen klar, dass es eine irrsinnige Rechtsprechung ist, das RKI als unabhängige wissenschaftliche Instanz wahrzunehmen. Das hätten aber Journalisten auch wissen können. Wir können eigentlich die Sonntagsrunden vor einem Jahr und vor anderthalb Jahren zu dem Thema gerne noch mal nachhören. Es steht ja alles im Internet und dann wird man feststellen, dass wir das alles schon gesagt haben. Aber Herr Brenner, Susanne Dagen und auch Alexander Kistler, ihr habt alle recht. Es hat bis jetzt nichts gebracht. Ich habe noch gar nichts gesagt. Nein, also ich finde das alles ungeheuerlich. Ich finde auch ungeheuerlich, dass man jetzt Herrn Kubicki zum, ach, wer weiß wie viel denn mal, wieder zum Held hochstilisiert. Also für mich ist das absoluter Gratismut in einer Situation, wo nun wirklich fast jeder, der in der Lage ist, sich Informationen zu beschaffen, wirklich auch über die Dinge weiß. Sie sagten ja über das Organigramm. Also das weiß man alles. Was passiert aber jetzt? Ja, es passiert ja erst mal nichts. Und ich glaube, es passiert deswegen nichts, weil einfach viel zu viele daran beteiligt gewesen sind. Und da nehme ich nicht nur die Journalisten, sondern da nehme ich also alle anderen ganz genauso mit in Haftung. Und natürlich wäre das jetzt mal der richtige Wink an diejenigen, die eigentlich entschädigt gehören, die eigentlich mal um Entschuldigung gebeten werden könnten. Ja, also es ist ja nicht nur eine sinnlose Maßnahme, die da eine nach der anderen in die Öffentlichkeit gebracht worden ist und auch ziemlich regierte durchgesetzt worden ist, sondern es sind ja auch viele, viele Leute daran kaputt gegangen. Ja, also ich nehme das schon sehr, sehr ernst. Und es ärgert mich unglaublich, dass hier nichts passiert, sondern dass wir vielleicht einen Bauernopfer vor die Füße geworfen bekommen. Und das Bauernopfer heißt Lauterbach, weil den kann eh keiner leiden. Das ist mir alles viel zu wenig. Also hier sollte doch wirklich flächendeckend Tabula Rase gemacht werden. Eigentlich sollte sofort der Rücktritt aller Verantwortlichen, und das sind eine ganze Menge, und da nehme ich auch solche Leute wie Jens Spahn nicht aus, der nun schön abgeduckt ist. Aber Jens Spahn gehört dazu, Drosten gehört dazu, Scholz gehört dazu und so weiter und so weiter. Also hier zur Tagesordnung überzugehen und das mit allen möglichen anderen Dingen medial zu überdecken, das ist eine riesengroße Unverschämtheit gegenüber all denjenigen, die Angst gehabt haben, die Angst gehabt haben vor den Maßnahmen beziehungsweise den Auswirkungen, wenn es darum ging, dass im Gesundheitswesen durchgeimpft werden musste und so weiter und so weiter. Es war eine schreckliche Zeit voller Ängste und das hat man immer weiter nach vorne gebracht, immer weiter angetrieben. Und dafür gehören diejenigen jetzt wirklich mal vor Gericht gestellt. Anders kann ich es nicht sagen. Dazu wird es nicht kommen. Also da bin ich jetzt pessimistisch. Es wird auch keiner zurücktreten, auch Herr Lauterbach nicht. Herr Lauterbach wird auch nicht zurücktreten. Ich weiß, weil es eben zu viele sind. Und auch, weil, glaube ich, ähnlich wie vorhin, Professor Brenner sagte, ich glaube, in der Gesamtgesellschaft ist dieser Eindruck nicht so. Ich glaube, die meisten haben ja glücklicherweise die Impfung gut überstanden und werden sagen, ach, gut, dass wir es gemacht haben, hat uns irgendwie was genutzt und es gab halt irgendwelche bedauerliche Ausreise. Ja, hier und dort hat man es übertrieben mit der Ansprache, aber jetzt ist gut, wie man so schön sagt, beim Fußball, Mund abputzen und weitergehen. Also ich sehe nicht, dass ein gesamtgesellschaftlicher Druck da wäre, oder? Nein, unbedingt. Also ich habe ja auch den Fuß noch in anderen als unserem eigenen Milieu, kann ich nur unbedingt bestätigen, auch die kritischsten Menschen, die sich haben impfen lassen, wissen, dass sie dabei waren oder sie ahnen es und dass sie sozusagen einen Teil ihrer eigenen Biografie infrage stellen würden, wenn sie das wirklich bis zum Schluss hinterfragen würden. Also das sehe ich auch. Es besteht kein publizistischer, aber auch kein gesamtgesellschaftlicher Druck. Die Vorstellung eines Rücktritts ist noch unwahrscheinlicher als die einer Massenremigration. Also dann bleibt nur ein symbolischer Akt in Form eines Briefeschreibens durch den FDP-Vize-Vorsitzenden, der immerhin dazu führt, dass die Mainstream-Medien dann doch darüber berichten müssen? Ja, das stimmt. Deswegen finde ich das schon gut von Herrn Kubicki. Er hätte es ja nicht machen müssen. Naja, er steht auch vor einer schweren Wahl. Mein Gott, also ein Politiker irgendwie zu unterstellen, dass er irgendwas gut meint, also da bin ich schon ganz ganz gut davon. Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist natürlich auch viel Eitelkeit dabei. Und Papier ist geduldig. Es ist die Wahl, glaube ich, das meinte Susanne, zwischen drei und vier Prozent. Ja, genau. Also ich glaube, in der FDP rechnet keiner mehr, damit gewählt zu werden. Wie gesagt, er ist da ein Außenseiter. Manche sagen auch, er ist nah am Hof des Königs. Aber er hat jetzt nochmal diese Debatte ausgelöst und hat gesagt, bitte guck nochmal genauer hin. Ich glaube, es wird jetzt keine großen personellen oder richtungsmäßigen Reaktionen darauf geben. Aber dieser lange Brief war jetzt doch ein, zwei Tage Tagesgespräch in der gesamten publizistischen Öffentlichkeit. Und das ist erstmal gut. Gut, Susanne? Ich habe Mangel an Versöhnung und das bleibt auch so. Aber nur mit Kubicki jetzt? Nein, generell. Wenn es dazu kommen sollte, dass es eine Abstimmung gibt im Bundestag, dann werden wir mal ganz genau schauen, wie Herr Kubicki dann abstimmt. Denn wir wissen alle, dass er ein Umfaller ist. Wie gesagt, Papier ist geduldig. So, jetzt nochmal schnell zurück zum Journalismus und zu gemeinnützigem Journalismus. Ich nehme an, euch im Osten, in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg steht demnächst ein neues Magazin ins Haus. Das heißt Katapult. Das ist garantiert gemeinnützig. Nee, ich glaube nicht, dass das gemeinnützig ist. Ich korrigiere dich unerwartet. Nein, das war auch ironisch gemeint natürlich. Ja, ich habe es schon verstanden. Aber wir wollen ja hier ehrlich bleiben, auch für unsere Zuhörer. Das ist natürlich nicht gemeinnützig. Es stand vor kurzem noch vor der Insolvenz. Aber man rettet sich natürlich bei den entsprechenden Terminen dann auf die richtige Seite. Ja, ich habe davon gehört. Ich habe es sogar mal in der Hand gehabt, damals, als Sie sich gegründet haben. Ich erinnere mich an den großen Stand von Katapult auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse, der sich in allererster Linie oder sogar schließlich dem Kampf gegen Rechts verschrieben hat. Also da würde ich mal meinen, was haben Sie vorhin gesagt, Nase putzen und wieder aufstehen oder Krötchen aufsetzen und weitergehen. Genau. Das interessiert erstmal, glaube ich, nicht so sehr viele Leute. Dennoch ist natürlich der Wahlkampf von einer unglaublichen Aggressivität geprägt, die Gott sei Dank noch nicht als gewaltbereite Aggressivität auf den Straßen niederschlägt, wenn man mal das Abreisen und Beschmieren von Wahlplakaten nicht mit betrachtet. Aber ich bin sehr gespannt, was am 1. September passiert. Und naja, ich glaube natürlich nicht den Umfragen, die jetzt auf einmal ganz jubilierend davon sprechen, dass die CDU mit 34 Prozent plötzlich in den Vorhersagen vor der AfD mit 30 Prozent in Sachsen steht. Ich meine, wir haben nicht nur Katapult, sondern haben auch noch das zivile Netzwerk Kompakt. Die haben schon mal aufbegehrt gegen Herrn Maaßen mit ihren Geldern. Und die haben jetzt über eine Million für eine Kampagne in Thüringen gegen die AfD zur Verfügung gestellt. Die hatten 2022 Einnahmen von 14 Millionen. Also eine Million ist ganz schön viel. Und sie haben dazu aufgerufen, man möge doch bitte die Grünen wählen. Und sie haben den Grünen über 60 Plakatwände in Erfurt und Jena bereits überlassen. Also ein gemeinnütziger Verein macht jetzt hier wirklich Wahlkampf für die Grünen, die in Thüringen wohlgemerkt bei drei Prozent sind. Also das dürfte eine versenkte Million werden. Nicht nur das, sondern sie verlieren unter Umständen, also wenn es einen Kläger gibt, wirklich den Status der Gemeinnützigkeit. Denn Wahlhilfe gehört auf keinen Fall dazu. Aber darauf lässt man es vielleicht ankommen. Sprechen wir mal noch ein bisschen mehr über den Wahlkampf. Da ist mir vor allem eins aufgefallen, nämlich dieser Spot mit dem kleinen Jungen am Ende. Also da ist so ein richtiger kleiner Doofi, der sagt dann mit seiner Brille, Höcke ist doof, richtig doof. Ich meine, das war ja wahrscheinlich von der AfD unterwandert, weil im Grunde empfinde ich das als einen Pro-Höcke-Spot. Also weil dieser Typ, dieser Doofi, wenn der sagen würde, Nutella ist doof, richtig doof, dann würde ich sofort ein Glas Nutella kaufen, einfach weil das so schlecht rüberkommt. Oder wie siehst du das, Susanne? Das Problem ist ja, ich sehe das jetzt vornehmlich mal als Mutter und vollkommen unpolitisch. Was hier passiert ist, dass man ein Kind, was, wenn wir beim rechtlichen Status bleiben, noch nicht mal geschäftsfähig ist, benutzt wird, instrumentalisiert wird für eine solche Aussage. Denn ich glaube nicht, dass dieser kleine Junge da wirklich weiß, was er sagt. Er weiß vielleicht, wer Björn Höcke ist, aber ich glaube nicht, dass er ihn inhaltlich wirklich bewerten kann. Das ist das Schlimmste für mich an diesem Wahlspot, dass man augenscheinlich überhaupt keine Schamgrenze mehr hat und jetzt im Sinne der Rotgardisten und der jungen Pioniere kleine Kinder instrumentalisiert, braunhaft. Aber das ist natürlich kein neues Phänomen. Nein, ich meine, das instrumentalisierte Kind gibt es rechts wie links und auch in der Mitte. Gibt es auch bei Klimaschützern, gibt es bei Querdenkern, vielleicht so bei Remigrationsadepten. Ich weiß es nicht. Es ist in allen Fällen, finde ich, unanständig. Also ich glaube, eher ein linkes Phänomen. Also bei rechts findet man das eher selten. Also nicht in einem Wahlspot. Aber ich finde es auf jeden Fall unanständig. Ich habe ja auch ein Buch schon über die infantile Gesellschaft und dazu gehört eben auch die Instrumentalisierung des Kindes. Die reden sich so mit raus auf ihrer Homepage. Es sei also gewissermaßen zufällig da gewesen, habe erfahren, dass die AfD Pläne haben, Türken außer Landes zu schaffen, was ja so auch gar nicht stimmt. Und deswegen habe dann der Junge gesagt, weil ein guter Freund von ihm Türke sei, wenn Herr Höcke das wolle, sei Herr Höcke eben doof. Insofern, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, ich finde es zum einen, touchiert es die Grenzen des Kindsmissbrauchs, ist die Instrumentalisierung auf jeden Fall des Kindes und es macht natürlich auch die CDU furchtbar klein. Die CDU Thüringen macht einen Wahlspot und die endet mit der namentlichen Anrufung des größten Konkurrenten. Also wie klein kann man sich denn noch machen? Also die Werbung ist doof, ja. Ja, nicht nur klein, sondern wie unklug jeder, der Werbung macht, weiß ganz genau, dass wenn man so eine Möglichkeit hat, mit einem solchen Spot natürlich in keinster Art und Weise den Konkurrenten nennt. Und ich habe ja manchmal den Eindruck, auch bei den Wahlplakaten, die wir jetzt hier in Sachsen hängen haben für die CDU, dass auch die eigene Werbeagentur nicht für die CDU arbeitet. Was heißt das jetzt? Also es gibt ein Wahlplakat zum Beispiel, das heißt, alle Kriminellen hassen die CDU. Also ja, es ist mehrdeutig, aber es sollte eindeutig sein. Man darf durchaus mit Irritation arbeiten, aber nicht mit einer Mehrfachdeutung. Also da werden die nicht-akademischen Bevölkerungsteile nicht mitkommen und AfD wählen. Das haben Sie jetzt zum dritten Mal gesagt, Herr Brenner, mit der nicht-akademischen Bevölkerung. Das war ein Zitat von Leon de Winter. Ja, ja, ich weiß, Sie war der Erste, Herr Kessler, Sie haben es gebracht. Die nicht-akademische Bevölkerung, ich wäre früher mehr Nicht-Akademiker hätten, die wirklich früh auf Arbeit gehen und ihre Fähigkeit zur Verfügung stellen. Ja, das ist ja positiv gemeint. Es geht ja genau darum, diesen Teil mal ins Auge zu nehmen, denn wir reden immer nur über die akademische Bevölkerung und deren Definitionen. Und wir sollten vielmehr die nicht-akademischen mal in den Blick nehmen, die am Ende die Wahlzettel ankreuzen. Und das wird am Ende Wahlentscheidend sein, nicht die paar Prozent Akademiker, die wir in Deutschland haben, obwohl das auch immer mehr werden. Abhängige Akademiker. Wir sehen halt auf jeden Fall durch diese Kampagnen. Kampakt übrigens hat die Gemeinnützigkeit schon verloren. Ich habe mich nochmal schlau gemacht. Als auch durch die Aktionen der Parteien, wie unglaublich nervös man auf diese drei Landtagswahlen blickt. Man hatte wirklich den Eindruck, das wird jetzt über das Schicksal der Republik für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte entschieden. Ich denke, rein faktisch wird sich so viel erstmal gar nichts ändern. Die einzige Frage ist, zumindest in Sachsen und vermutlich auch in Thüringen, ob die CDU mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht ins Koalitions- oder Tolerierungsbett steigt. Und das ist, glaube ich, die ganz spannende Frage, weil die CDU dann wirklich vor sie womöglich zerreißenden inneren programmatischen Debatten stehen würde. Also mit der Partei, die eine Abspaltung ist, der Linkspartei, Bündnisse zu schmieden im Osten, das werden da wirklich sehr herausfordernde Diskussionen. Also tatsächlich wollte ich da noch drauf hinauskommen, denn Wahlspots hin oder her. Übrigens, das leuchtet mir total ein, dass dieses Kind da rein zufällig herumstand. Da wird also ein Wahlspot gedreht und dann ist da noch so ein Kleiner und der sagt diesen Satz und den nehmen wir einfach völlig ungeplant in diesen Spot da noch zum Schluss mit hinein. So ungeplant, wie ein Kameradar war, als Frau Harris von der Unterstützung von Herrn Obama hörte. Ganz genau. Also das ist so eine lustige Geschichte und ich kann nur sagen, wo haben Sie den ausgeliehen? Vielleicht bei der Linken? Da sind doch irgendwelche Kinderfreunde jetzt zugange, habe ich gehört, in Thüringen. Interessanterweise kann man das ja nachlesen auf der Homepage von der CDU Thüringen und wenn man also wirklich im Internet eingibt, ich habe es probiert, höckeistdoof.de, dann landet man bei der CDU Thüringen. Klasse. Sehr schön. Ich habe ein Foto gesehen von einer Plakatzusammenstellung. Da ist oben die CDU mit ihrem Plakat. Da steht drauf, mehr Sicherheit und wir sorgen für Sicherheit und so weiter. Und drunter hat die AfD plakatiert, wir halten, was andere versprechen. Nee, wir halten, was die CDU verspricht. Oder sogar so, ja. Das war doch ziemlich witzig. Ja, also mit BSW, das ist natürlich, also zum einen, dass es natürlich programmatisch eine Wundertüte ist, aber dann doch nicht ganz, weil wenn man sich Sarah Wagenknecht über einen längeren Zeitrahmen schon ein bisschen genauer angeschaut hat und da gibt es ja mittlerweile auch genügend Bücher darüber, dann weiß man, dass es zwar eine Abspaltung von den Linken ist, aber natürlich eine Linke hoch zwei. Also sie hat ja lange Zeit der kommunistischen Plattform vorgestanden und ich glaube, sie sieht sich ganz genau auch immer noch dort. Also für die CDU wäre es eine riesenhafte Katastrophe. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass sie gar nicht glauben, dass sich so viel ändern würde. In einer Hinsicht hoffe ich das auch nicht, weil wir wissen ja, dass man natürlich damit rechnet, dass die AfD in allen drei Bundesländern mit entsprechend hohen Prozentzahlen reingeht. Und wir wissen auch, dass es eine sogenannte Sperrminorität gibt. Das heißt also, es liegen schon Gesetzesveränderungen, Regelveränderungen in der Schublade, die natürlich dann null und nichtig sind, wenn die AfD ein Drittel des jeweiligen Landtages mit ihren Mandaten besetzt. Dann ist es eben nicht mehr möglich, diese Regeln dahingehend zu verändern, dass die AfD, wie es eben schon seit einigen Jahren Gang und Gäbe ist, von bestimmten Posten einfach ausgeschlossen wird. Also ich sehe auf der einen Seite mit großer Hoffnung, aber gleichermaßen natürlich mit großer Sorge der Wahl entgegen, weil der Wähler eben doch augenscheinlich verführbar ist und die Anonymität der Wahlkabine, die man ja, so glaube ich, immer noch hat, eben dennoch nicht Garant ist für ein ehrliches Kreuz. Also aus Sachsen weiß ich, dass die CDU eben gerade bei einem bestimmten Klientel, die eben schon immer CDU gewählt haben, dass die es eben auch wieder tun, abgleich wir ja wissen, dass das die Politik der letzten Jahre gewesen ist, dass das natürlich auch die vielen Probleme, die wir gerade im Sinne der Migration jetzt zu bewältigen haben und wahrscheinlich nicht bewältigen werden, wenn ich mich an Herrn Brenner erinnere, dass die CDU da eine maßgebliche Schuld trägt. Aber es gehört einfach zur Demokratie dazu, dass sie die Motive nicht gewichtet, sondern nur die Kreuze zählt. Und das muss man akzeptieren. Also es wird ja oft auch von linker Seite gesagt, ach, das ist jetzt nur so eine schlimme Denkzettelwahl oder da werden Populisten gewählt. Da sage ich immer, es ist legitim, Denkzettel zu wählen. Es ist legitim, Populisten zu wählen. Genauso legitim ist es aber zu sagen, naja, ich wähle, was ich immer gewählt habe. Ich meine, da müssen wir uns halt darauf einigen können. Als Demokraten, es muss frei sein, gleich und geheim. Und die Motive, ja, die können gut oder schlecht sein. Dann ist es aber doch interessant festzustellen, das kommt ja in den Umfragen auch immer wieder raus, eine Mehrheit der Deutschen will Neuwahlen. Ich meine, wenn dann immer wieder das Gleiche rauskommt, fragt man sich, wozu eigentlich? Es ist natürlich, wenn man sagt, der Deutsche grummelt, er macht keine Revolution, aber er grummelt. Und so eine Mehrheit meint er einfach, ich kann den Scholz nicht mehr sehen. Ich kann das Rechthaberische vom Scholz nicht mehr sehen, das Genöle von Herrn Habeck, das Trampolinspringen von Frau Annalena Baerbock und vielleicht auch das Besserwisserische von Herrn Lindner. Ich kann die alle nicht mehr sehen, ich will was anderes haben. Ich glaube nicht, dass daraus jetzt automatisch abgeleitet werden kann, diese oder jene Konstellation soll kommen. Ich glaube auch, dass das für die allermeisten ausreicht, diesen Ruf nach Neuwahlen zu formulieren, das ist eine Art von Trotzreaktion, die ist erstmal legitim. Aber wenn ich mich daran erinnere, dass es ja durchaus hätte Neuwahlen geben müssen, zum Beispiel in Thüringen, die bis zum heutigen Zeitpunkt eben nicht gekommen ist, dann ist es eben wirklich ein zahnloser Tiger. So, das war es in der Sonntagsrunde am 11. August 2024. Ich danke Prof. Peter J. Brenner, Susanne Dagen und Alexander Kissler für die muntere Diskussion und Ihnen, liebe Hörer, danke ich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Wenn Ihnen der Kontrafunk gefällt, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Ich weiß, das ist mit einem gewissen Risiko verbunden, weil die Leute natürlich den Stuss glauben, der über uns im Internet steht. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man die Leute dazu bringt, einfach einmal selber reinzuhören und sei es nur für eine Stunde oder zwei, dann sind Sie ganz erstaunt und sagen, ja, das wusste ich ja gar nicht, das klingt ja alles sehr gut und interessant. Und dann merken Sie auch, dass nichts von den Verleumdungen stimmt, die Sie da über uns gelesen haben. Das erleben wir immer und immer wieder. Also nur Mut und machen Sie Werbung. Dabei helfen auch die hübschen Sachen aus unserem Shop, zum Beispiel die Kontrafunk-T-Shirts oder Schirmmützen. Für Sommertage ist das jetzt genau das Richtige. Also schauen Sie sich mal um in unserem Shop. Die Adresse lautet shop.kontrafunk.radio Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Sonntag. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch nächsten Sonntag wieder einschalten. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.